Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transimber 2, der dann spielt das. Wir werden heute den zweiten Teil von Düren Düren fahren und wir sind ja beim letzten Mal in Düren stehen geblieben und werden heute die Rückfahrt in Angriff nehmen. Das Triebfahrzeug ist immer noch unsere Baureihe 425 und es geht direkt los. Also wir sollen direkt losfahren und das können wir natürlich tun. Auf geht's nach Märzenich. Das ist also unser Zug immer noch. Und wie gesagt, Märzenich ist erster Stop auf der Fahrt von Düren. Das ist also unser Ablaufplan, damit ihr euch das nochmal kurz in Erinnerung rufen könnt. Also das haben wir alles schon soweit erledigt. Wir fahren jetzt nach Märzenich, Bühr, Sindorf und Hochem. Das sind also jetzt unsere Haltepunkte und werden mal sehen, ob wir das genauso einigermaßen künftig hinbekommen, wie die Hinfahrt sind. Ich hatte euch ja versprochen beim letzten Mal, dass wir den zweiten Teil dieses Mal fortsetzen. So, wir dürfen jetzt auch gleich auf 125 beschleunigen. So, wir dürfen jetzt auch gleich auf 125 beschleunigen. So, wir müssen jetzt einfach auf 25cas Minuten, wenn es noch nicht mehr so geht. So, wir müssen jetzt noch mal kurz in Erinnerung. So, wir müssen jetzt noch mal kurz auf das�bekommen. So, wir müssen noch mal kurz auf das%. So, wir müssen jetzt mal kurz jetzt Das ist so schön. Nordstück der Gänse, 1.20m Man sieht dann auch gerade bei unserer ersten Station im März nicht. Pünktlich sind wir nicht, aber ich denke, das kann man verschmerzen. So, wir können auch schon langsam in die Kriegsbeleidenschaft gehen. Ja, vielleicht nicht ganz auf den Punkt, aber es geht einigermaßen. Das ist also unser Zug. Wobei jetzt eigentlich da oben an der Anzeige stehen müsste Horn. Weil Dürer ist es nicht mehr, wo wir jetzt fahren. So, auf geht's. Nächste Station. Boehir. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ihr könnt mich gerne belehren, wenn ich es falsch gemacht habe. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. Da fährt er hin, unser Zug. So, auf geht's. 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 Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. 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 Gottes Willen, Türaufwendefahrt. Das ist nicht erlaubt. Das sollte man auch nicht tun. Obwohl ich das selbst öfter in der See, vor allem im Sommer. Jetzt nicht bei 200 kmh oder 160 kmh, sondern bei Anstiegfahrten oder Bahnhofen. Da habe ich das schon alles öfter beobachtet. Da ist der Bahnführer dann noch mehr, wahrscheinlich auch mit der Fahrt, die es gerade ist, 37 kmh geht. Weil die modernen Gelocks ja sicher ein Thema lang, oder 2018, ja sicher kein Thema lang, dann wird es ja verrativ über die Tür dann auf. Da der Fahrt eben dann für Abkühlen sorgt, mit Sicherheit. So, 13.500 habe ich es schaffen. Ich denke mal, dass das da wohl wieder 2 Minuten später wird. Hier noch 7.70 kmh. So, muss es vielleicht sein. So, muss es vielleicht sein. So, wir wollen diesmal versuchen, einigermaßen vernünftig am Bahnsteig stehen zu bleiben. So, können wir, hier sehen wir. So, hier ist es, wir können zusammen, dann kommen wir. хочешь mal bitte? Wir wollen die Tür, das sind wichtig, ich trage und die Tür. Ganz glücklich, ich in Deau, denn hier bin also Empfeier. So, muss es jetzt negen. So, wir wollen nicht, wir müssen die Tür. So, wir wollen nicht die Tür. So, wir wollen das, die Tür. So, wir wollen jetzt den Türen, wir wollen pfen med. Wir wollen die Tür. So, wir wollen das, der Tür ein. Und das ist, dass du nicht immer wieder so einigermaßen Ja, geht doch. Zwei Meter, das ist doch wunderbar. So, das war, oder ist der letzte Halt vor Horen. Dann haben wir das auch schon geschafft. So, auf geht's, Horen, 2,7 Kilometer. Aber es gibt noch ein gelbes Vorsignal mit 1,5 Kilometer. Wir gucken, was uns da noch erwartet, ob wir noch vor Einfahrt in den Bahnhof Brot behaben. Das könnte durchaus möglich sein. Und dann auf geht's mal. Wir gucken, was ich jetzt an das. Wir gucken, was das ist ein Wachstum. Wir gucken, was wir haben, wie viele Leute gerade ausgelben. Wir sehen, was wir sehen, wie wir die Feuerwehr. Wir sehen, wie wir das nicht. Das geht an das Vorstand. Das ist jetzt, dass wir die Heimann haben. Ich sehe da nämlich schon den Zielpunkt. Das war ein bisschen zu langsam. So, lassen wir uns hier schön geschmeidig und sanft in den Bahnhof einrollen. So, letzter Bahnhof. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, und damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bleibt mir treu. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Habt trotz der ganzen beschissene Zeit, wie gerade so um uns rum ist, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns in meinem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny Spieters. Ich bin ein, das ist 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 ein. Untertitelung des ZDF, 2020